Hallo, was ist Gott? Schön, Sie zu sehen. Ich möchte Ihnen heute unser Moving Pack vorstellen. Ein Set, das Ihnen hilft, unsere A-Wand oder jede beliebige andere A-Wand, die dafür geeignet ist, leicht und auch einzeln zu bewegen. Das Moving Pack Set besteht aus mehreren Teilen. Einmal unser Hauptarzt, diese gibt es auch als Halbarzt-Ausschuhung, das ist interessant, oder eben das Ganzeakt, das ist ein bisschen einfacher und stabiler, sowie zwei Lenkrollensets. Das Ganze ist sehr leicht zu mutieren und kann von einer Person ganz bequem gehandhabt werden. Zuerst entferne ich die Sicherungen und dann stecke ich diese Axt in die vorgesehene Führung und der A-Wand. Dazu kann ich die A-Wand entweder der Hand anheben oder einfach einen ganz normalen Möbelheber verwenden. Dann stecke ich sie unter. Ein bisschen raus. Und dann setze ich sie jetzt schon ganz, dass sie mit der Hand anheben. Oh, Fischerung ansieben. Und dann setze ich sie jetzt schon ganz, dass sie mit der Hand anheben. Und dann können wir sie jetzt den Link holen. Und das geht auch einfach anheben. Und die Dickehörer schön. Und das ist der erste Teck jetzt. Okay. Fertig. Und schon kann eine Person, jede Frau, jeder Mann, die Arbeit bewegen. Und zwar in jede Richtung. Gequem und einfach. Dankeschön.